willkommen bei der youtube seite von der firma comweb mein name ist frederick de vries und ich werde ihnen erklären warum wir begeistert sind von skylight also der neue skylight mikro architektur und warum wir diese sofort in der pc video line mit integrieren werden ja die pc video line rechner sind bei uns die workstations die für die videobearbeitung für die bildbearbeitung und wenn sie möchte auch natürlich für super gaming ausgelegt sind das sind einfach hervorragende rechner das auch der grund warum wir sofort auf die skylight mikro architektur umgestiegen sind als intel dies bekannt gab sprich das stimmt nicht ganz erst in april haben wir die erste echte daten bezüglich diese skylight architektur bekommen und erst ab da haben unsere kunde dann auch zu hören gekriegt bitte lieber warten paar monate es wird sich lohnen weil es tut sich einiges und diesmal nicht nur der intel cpu der mal wieder um ein paar prozentpunkte schneller wird sondern auch in der architektur von der motherboard ja und die ganze architektur also der ganze umgebung skylight cpu skylight motherboard und skylight chipsatz werden wir heute mal etwas genauer angucken gut das ganze fing dann an bei der developer forum das ist eine interne geschichte bei der firma intel und wie gesagt es handelt sich hier hauptsächlich um die elementen cpu chipsatz und motherboard der erste geschichte warum wir als video begeistert sind ist natürlich die integrierung von 4k nicht jeder braucht 4k aber 4k braucht natürlich enorme geschwindigkeit und wenn diese nicht vorliegen können wir 4k grundsätzlich erstmal vergessen deshalb windows 10 ist unsere absolute pflicht damit urd oder 4k funktioniert hdmi 2.0 auch eine pflichtnummer und hdcp aus ja ich sag mal sicherheitsschutz weil von die hersteller integriert zum beispiel bei 4k oder urd blu-ray ja und dann gibt es noch die hersteller von firmen wie amazon und flicker et cetera schauen wir mal die architektur an das ist ein berühmter toktik verfahren das heißt bei der tock wird neue architektur vorgestellt und beide tic gibt es die verkleinerung die berühmteste sind die hier oben sind das fangt schon in 2008 an überlegen sie mal und sie haben seit 2008 den cpu schon wenn sie die 7 930 haben danach kam die 980 weil die cpu würde kleiner etc das heißt mehr geschwindigkeit leider auch noch ohne grafikkarte dann des handy brits der erste mit der grafikkarte integriert in der cpu wodurch quicksync ein ja sehr schöne sache kommen wir noch später zu integriert wurde dann der 3770 aus e vibrates die ist in 2012 lanciert dann kam die aktuelle das ist die 4770 oder 4790 haschwell cpu und vor drei monate kam dann der 5775 k leider relativ unbekannt als brotwell ja und heute sind wir soweit dass wir mit der sky lake unterwegs sind der sky lake ist der aktuelle cpu und er nennt sich 6700 k ich werde auch nur versuchen die für uns interessante sache natürlich zu besprechen ich werde hier nicht in die unendliche tiefen das ganze gehen schauen wir mal wie das aussieht da ist erstmal die cpu der cpu hat leider ein pin mehr eine wahnsinnige pin der dafür sorgt dass wir neue boards brauchen der core i7 wird weiter ohne cpu kühler mitgeliefert und kann auch überclockt werden was wir sogar empfehlen die cpu wenn sie die von ihnen ausschauen dann sehen sie dass der cpu nicht nur aus kernen also cpu kerne besteht das sind vier übrigens sondern auch eine enorme platz weg nimmt für die grafikkarte die nennt sich hd graphics 530 das ist auch der grund warum diese cpu nicht unbedingt sparsamer ist als der vorherige wo da das hauptanteil natürlich liegt wichtig für uns ist natürlich die intel quicksync video die eine enorme beschleunigung in decoding und encoding erlaubt und hier sehen sie dass zum beispiel zum ersten mal auch richtig die encoding integriert ist bei die wichtigsten sachen wie avc hd kommen wir zu der sky lake als cpu ja gut der ist natürlich ein bisschen schneller geworden wie viel schneller werden wir hier sehen sie können das bildungsstil setzen damit ist in ruhe angucken können aber im prinzip geht es darum dass wir natürlich eine enorme boost in der memory haben das kommt durch die ddr4 und wir haben eine enorme steigerung in der grafik chip in die integriert ist das ist natürlich für die video leute vor allem aber auch für foto leute in enorm interessante angelegenheit hier habe ich mal eine cpu geschwindigkeitsvergleich zu älteren prozessoren gemacht wobei der rote linie für 40 prozent unterschied steht da sagt man psychisch gesehen merkt derjenige der diese cpu hat dass es einen unterschied gibt allerdings man merkt es natürlich auch schon bei 20 prozent wenn man video macht hier habe ich einfach mal und vergleich gegeben was links an der rote seite zu sehen ist die leute können allein schon wegen der cpu im prinzip die ganze geschichte ändern nur sky lake ist mehr als nur der cpu lasst uns mal nach der chipsets gucken weil dieser ist in meinem auge eigentlich der große grund warum wir ändern sollt der erste chipsets die die firma inter herausbringt ist die z170 ist gleichzeitig aber der beste chipsets in diesem bereich und hier sehen wir als erster punkt dass wir die pci express 3.0 richtig unterstützen was ist das da muss man ein bisschen ausholen pci stand früher für ihr kuss wissen ja die 15 stück und pci hat man das dann umgewandert oder umbenannt in lanes weil wir eben dann doch mehr zur verfügung hatte ein pci schloss sehen sie ja hier oben das ist der pc 2.0 schloss zum beispiel und die verstorben finden sie da drin also videokarten gesprochen pci express gibt es in einser vier und sechzehner wobei so ein pci express sechzehner nehmen schon vier lanes weg das sollte man einfach nur in hinterköpfchen haben das sind also unsere autobahnen wenn sie so wollen um diese ganze geschichte ja ein bisschen zu beschleunigen bei pci 2.0 war das noch eine geschwindigkeit von fünf giga transfer raten pro sekunde und bei der pci 3 express ist es eben eine 8 giga transfer das bedeutet wir haben deutlich höhere geschwindigkeit das interessante steht aber hier wir haben nicht wie früher acht solche lanes zur verfügung also die autobahne wo unsere daten darüber transferiert werden sondern wir bekommen jetzt enorm viel mehr das war auch notwendig weil wir sind natürlich in einer bereich inzwischen müssen ja denken 15 jahren acht lanes da passiert natürlich menge denken sie mal an usb die wir dazu bekommen haben wir haben auf der autobahne völliger stau und wie schön wäre es wenn wir in der kölner ring statt der normale autobahn menge plötzlich die doppelte menge haben hier sehen sie was wir in der nächsten zeit noch an technologien erwarten das heißt die sind eigentlich schon da aber es ist eben so skylight der eigentliche top anwendung oder top neuigkeit ist eben dass wir nicht acht lanes zur verfügung haben sondern wirklich 20 solche lanes zur verfügung haben mit ein deutlich höherer geschwindigkeit und das bedeutet einfach ich kann jetzt wirklich sechs usb 30 neben meine videokarte der 24k anfeuert fahren ja das heißt wir haben wirklich super viel platz auf dem motherboard die daten wirklich von a nach b zu schaffen das müssen wir ein bisschen genauer angucken aus dem motherboard die ganze geschichte wird gesteuert fand der chipsatz die findet sie meistens unter so einer großen platte und hier habe ich mal die struktur von dieses chips aufgebaut als allererst ist natürlich oben der cpu zu sehen diese cpu hat eine ja noch mal den hinweis ohne kühler nehmen sie aber einen guten kühler wir haben ja die beste cpu die es zurzeit gibt ja dies ist erstmal verbunden mit ddr4 das ist auch eine neuigkeit wir hatten früher immer ddr3 wieder schneller und diese hatten direkte verbindung über der cpu mit der grafikkarte wobei der grafikkarte 16 lanes wegnehmen aber keine panik diese lanes werden nicht mitgezählt bei die 20 die wir neu haben genauso ist es bei der 6 sata ports die standardmäßig in jeder rechner eigentlich zu finden sein sollte diese 6 ports die steuern natürlich unsere festplatte cd roms ssds an haben allerdings nichts zu tun mit einsteck festplatten wie die neue vme festplatten zum beispiel von intel der nächste schritt ist dann die 20 pci express 3.0 schnitzteile da haben wir gerade darüber gesprochen das sind diese autobahnen da werden die ganz andere sachen angeschlossen einmal die die an bord sind wie audio oder eben externe audio geschichten aber auch die ganze video paletten wie video schnittkarten oder eben streaming karte und ganz neu die thunderbolt karten die mit sicherheit mit thunderbolt 3 eine wichtige faktor bei uns spiele werden ja auch 31 gehört dazu das ist noch nicht integriert in der chipsatz und natürlich sache wie die neue vme bus und so weiter ja nicht zu vergessen natürlich die mehr über 14 usb 2.0 oder 10 usb 3 ports die uns zur verfügung gestellt werden von intel in der chipset dann gibt es noch so netzwerk karte etc also 8 war natürlich viel zu wenig und das ist der grund warum wir auch sofort gesagt haben leute sky lake ist da mach oder sorgt dafür dass die schnellstens auf diese technologie umsteigt oder warte eben wenn sie eher bei uns anrufen haben der thunderbolt 3 das ist natürlich für die viele leute der interessanteste neuigkeit nicht nur eine wahnsinns geschwindigkeit von 40 gb übrigens die gleiche anschluss wie der neue usb 3.1 hat wir können hier mit 4 oder 4k arbeiten natürlich aber bei den thunderbolt 3 karte sogar mal zwei ja der nächste große schritt ist natürlich der usb 3.1 immerhin mit wahnsinnige 10 gigabit das sind wirklich zahlen die man über die zunge gehen lassen ja und dann ganz interessante neue m2 also vme festplatten die im prinzip die ssd schon wieder ersetzen etwas teurer noch aber datengeschwindigkeit von über 2000 megabit das heißt sie haben hier wirklich enorme geschwindigkeitssteigerungen da sie zum de sata express welche auch neu integriert ist schon alt aus ja und dann haben natürlich noch die ersparen möglichkeiten wenn sie ganz normal arbeiten nimmt die cpu kaum noch leistung weg hier mit 3.4 sehr gut zu sehen ja und dann sollte man natürlich die cpu nicht vergessen ein enormer boost in der quicksync video bereich also komprimieren und dekomprimieren von bild und video material ja und ein bisschen steigerung in der leistung hat er natürlich auch und wie älter ihr rechner ist umso mehr ist das eigentlich wichtigste ist und bleibt aber der autobahn sprich der ist wirklich super schnell geworden und das ist eigentlich der grund warum wir sagen diese 20 lanes das ist natürlich ein wort und deshalb haben wir die pc video line bei uns nur noch auf sky lake zur verfügung ja wer möchte der kann natürlich bei uns auf der www.comweb.de seite das ganze noch mal etwas ausführlicher nachlesen mein Name ist frederick de vries von der firmakomweb bis zur nächsten mal ja Vielen Dank.